So, hier bin ich wieder. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, muss ich durchaus zugeben. Kann weitergehen. Manchester City ist der Gegner in der Champions League. Mit einem Sieg können wir das Weiterkommen, glaube ich, klar machen, wenn ich nicht ganz steppig bin. Und wir haben ein Scouting-Update. Er ist scheiße. Er ist scheiße. Er ist relativ scheiße. Er ist scheiße. Und er ist scheiße. Das ist natürlich ein super Anfang. Er ist scheiße. Und er ist sehr gut. Sanchez heißt er. Hat zumindest eine gute Gesamtstärke schon mal. Eine 62 mit 17 Jahren. Potenzial ist verbesserungswürdig, aber das geht eigentlich ganz fit. So, in Manchester gegen City. Hoffentlich ist der Fußballgott mit uns hier angereist. André Hahn hat es scheinbar doch nicht erwischt. Glück gehabt. Na ja. So, Dominikus Korb auch nochmal von Anfang an. Und Hazard über rechts außen. Raphael ist Kapitän. Raphael spielt falsche 9. Hahn überläuft die Abwehr. So, machen wir es erstmal. Den Rest lasse ich erstmal so eingestellt, wie es ist. Ist hoffentlich nicht so falsch. Hofmann kommt mit für Trauré, der leider nicht mehr kann. So. Kann losgehen. Meiner Meinung nach. Etihad Stadium. Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Würde ich sagen. Wie gesagt, erster sind wir. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Hier Pep Guardiola, den natürlich auch gewinnen, ist ja klar. Mal gucken, was er so für eine Mannschaft aufzubieten hat. Wenn sie mal langsam gezeigt wird. Erstmal schüttelt Kompany Westergaard die Hand. Und Bravo. Ebenfalls und so weiter und so fort. Come on. Jetzt zeigt mir die Aufstellung von Manchester. Manchester ist blue. Ich sehe die Manchester City-Fans so. Sehe ich vom spielerischen her schon so. Aber vom Fernseher auf jeden Fall nicht. Die besten Fernseher sind auf jeden Fall Manchester United. Das ist klar. Denn so voll sieht das Stadion selten aus. Bei Manchester City oder auf jeden Fall nicht immer. Ja, deswegen. Seien Sie jetzt auch mal die Aufstellung oder haben Sie da keine Lust mehr drauf? Scheinbar echt kein Bock mehr drauf. Oder habe ich das schon verpasst? Nee, ne? Habe ich nicht verpasst. Scheinbar doch. Naja. Gut. Los geht's hier in Manchester. Schweres Stück Arbeit ist es. Sehr, sehr schweres Stück. Ja, ja, tu weh. Kevin De Bruyne. An Oskar Wentz vorbei. Der kann aber zum Glück die Flanke verhindern. Korb, Hahn. Da gut. Schöne Übersicht. Für De Olofeo. Ah, schade. Da kommt dann doch noch ein Verteidiger dazwischen. That is beat there. De Bruyne hält den Ball im Spiel. Auf Sergio Aguero. Das ist natürlich eine geniale Kombination. De Bruyne und Aguero. Dazu dann noch David Silva und Ilka Gingler. Er ist hier probiert. In der zehnten Minute die erste Chance für City. Riesenfehler. Aber zum Glück ist Aguero wohl. Ach du Scheiße. Der Hut stark. Hazard. Gute Flanke. Da ist Raphael. Große Chance. Sehr, sehr große Chance. Und André Harden. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ereignisreiches Spiel. Schon nach 15 Minuten. Jeweils eine gute Tormöglichkeit. Auf beiden Seiten. Moment. Ah. Scheiße. Dankeschön. Schön von Dahoud Klaasen. Raphael, den Durchstecken für den schnellen André Hahn. Der wäre dann auch auf und davon gewesen, aber hätte, wäre, wenn und aber. Muss nicht kurz krapfen, Entschuldigung. Das Lebenskernwunschkonzert. Ach du Scheiße, Agüero, Agüero, Agüero. 1-0 Man City. Da ist er komplett frei vor Kevin Trapp und den macht er dann auch, wie gewohnt, als Geils, mit seinem ersten Treffer in der Europa League, nicht in der Champions League, so gut. Das ist ein Rundsombuch während der Abflug democratic verhindern. Oscar Wendt. Deolofheu. Oscar Wendt. Oskar Wendt. Oskar Wendt. Kriegt den Ball wieder. Wohin jetzt. Geht zu Torgen Ersatz. Schade. in der mitte ist westergaard jetzt beschäftige ich mich nicht mit dem gegenspieler haben sondern und den ball es sah eben kurz so aus als ob man den gegenspieler weg drückt aber dafür den ball aber ins ausgehen lässt aber zum glück doch nicht da wollte ich schnell weiterlegen hat leider nicht ganz so geklappt weil klasen da keinen druck hinter die kugel bekommen hat da gut ich wollte eigentlich täckeln aber gut man kann es auch mal probieren warum denn nicht intensives spiel muss man definitiv anerkennen und wir halten auch noch ganz gut mit gegen menschen die hier also er kriegt den ball nicht zu klasen der hätte dann durchaus viel platz gehabt das ist agüero und das ist das 2 zu 0 durch kevin der bräune weltklasse ausgespielt hat absolut überhaupt keine chance und der ex Wolfsburg der ja mal fast beim bei borussia mönchengladbach gelandet wäre macht hier schon das 2 zu 0 menschen menschen die genau steht kopf ach du scheiße das wird ein schweres stück arbeit hier vielleicht nochmal zurückzukommen klasen die ulufeu claudio bravo rafael bravo ist wieder da da gut klasen das ist zu kompliziert was ich hier mache glaube ich und da wird silver na komm jetzt muss ich erstmal erfolgreich verteidigen und machen wir zum glück auch auf jeden fall ja unerfolgreiche erste halbzeit aus unserer sicht wir liegen verdient mit 2 zu 0 hinten das haben sie aber auch eiskalt gemacht muss man sagen also respekt wir stellen denke ich mal oben auf ähm einer sturm auf jeden fall 4 4 ja 4 5 1 meine ich klasen tauscht mal mit haaren haaren über außen ne so nicht so da gut klasen und hasar mal auf der 6 denke ich mal kann ja irgendwie oh ne doch nicht machen wir doch lieber da gut der ist defensiv etwas stärker die ulufeu mal über seine richtige position vielleicht klappt das ja ein bisschen besser mal gucken momentan sieht es eigentlich sehr sehr fragwürdig aus sehr sehr aussichtslos sieht es hier aus ich weiß nicht ob wir das hier noch irgendwie umdrehen können aber ich hoffe einfach mal da gut die ulufeu rafael schon gespielt das ist rafael das ist sehr schön gespielt das ist der anschluss durch rafael kurz mal die faust richtung gäste und dann kann es weitergehen sehr sehr schön gespielt und hazard sieht rafael und der macht ihn dann mit seinem zweiten tor hier in der champions league kohle man das neue andere starke spiels andere hand nimmt ihn ganz gut mit und andre hahn riesenschance meine fresse das haben wir dann echt mal gut gespielt aber wir lohnen uns für diesen spielzug dann noch nicht die ulufeu hahn verliert den ball in einer sehr wichtigen phase abuero yaya toure schön dahut gute übersicht für andre hahn andre hahn versuchst du mit dem schuss aber bleibt hängen die bohne stark für tour von tour stark den ball abgenommen hat touré den ball abgenommen man ich glaube teilweise echt scheiße heute hahn rafael kriegt den ball nicht weiter so ein bisschen was von power-op der play hat das ja gerade schon die rafael verliert leider den ball da wurde ich ein bisschen zu viel mit ihm hazard rafael steht im abseits glaube ich ja da ist der abseits treffer aber er steht im abseits wie gesagt macht ein starkes spiel unterzuhalten hatte bisher rafael da ist das bitte benjamin parlor hat an der seitenlinie raheem sterling kommt jetzt oder geht ich weiß es nicht ich glaube er kommt ist mir nämlich vorher noch nicht aufgefallen ballverlust menze die sind jetzt scheinbar ein bisschen nervös zumindest kann sich mal irgendwer anbieten das ist ja so ein bisschen entgegen wenn es also sie verteidigen ist jetzt aber ganz gut eigentlich teilweise muss man sagen aber noch vorne geht wenig bei manche die freistoß wir legen weiterhin 2 zu 1 hinten auch hazard mit einem sehr sehr starken spiel bisher in der zweiten halbzeit deswegen tut es mir ein bisschen leid ihn jetzt runternehmen zu müssen hoffmann oder hermann hoffmann hermann meine ich ist schneller hoffmann 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 unnötiger mal verlust meine eltern kommt wieder so muss das jetzt aber zu ihnen aufnehmen und ich komme jetzt nicht rein Das war ne geile Szene Kompanie Ja Nacho Top Schön Den Ball noch geholt Vorm Aus Maxim Das ist Raphael Das ist der Hut Oh er kriegt die fast durch zu Hermann Ey ist das bitter bisher Ist das bitter Ach du scheiße Schwacher Pass Ganz ganz schwacher Pass Und wenn City Verliert den Ball Ey was war das denn Kann er keinen Ball mehr annehmen oder was Na komm Mann wo spielt er denn den Ball hin Und wo läuft Raphael denn hin Ja und das wird wahrscheinlich die Entscheidung gewesen sein Und ich schwach gemacht von Ihe Nacho Aber sie gehen jetzt auf Zeitspiel Aber das war's wir verlieren mit 2 zu 1 in Manchester Hatten in der zweiten Halbzeit schon auch die Chance da doch noch was draus zu machen Haben es leider versiebt Hätten hier fast sogar den Ausgleich gehabt Ich spiel ein bisschen zu spät leider mit Hazard Aber gut Passiert wir verlieren verdient eigentlich Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit schon die bessere Mannschaft waren kann man sagen Barcelona gewinnt mit 3 zu 1 in Monaco Hat er mit 6 Punkte Man City hat 9 Punkte genau wie wir Köln ist Tabellenführer Auch nicht schlecht Und wir gucken mal schnell rein Ah da war's schon Na wo sind wir Ja Man City erster Und wir könnten den Platz hier doch noch verlieren Hoffen wir mal nicht Und ich beende das hier erstmal Und haut da rein Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao